Hier ist so eine coole Tür. Ich höre es bellen. Äh, Klairs, wo kommen die denn her? Achso, das sind... Achso, das bellt nicht, das sind einfach, wenn sie Rebolas werfen. Achso, das Geräusch meinst du? Ja. Ich dachte, die bellen, wenn sie dich anspringen lassen. Nee, nee, die machen auch so Gummigeräusche. Clowns. Nein. Die sind echt sniperfest, die Clowns. Echt? Ja, irgendwie so Dreischuss oder so braucht man was. Echt? Voll heftig. Keine Sniper mehr. Wow. Clowns. Clowns. Wie riesig dieses Sniper einfach auch ist. Ja. Aber so gehört es ja. Und dann... Dann hältst du sie auch nur mit einer Hand. Ja. Die andere Hand schwebt da drunter. Schwebt da drunter in der Luft. Hier ist eine Telefonzelle. Ja. Wir sind halt cool Jungs, ey. Das Telefon klingelt. Natürlich nur mit einer Hand. Gehen? Soll ich rangehen? Ja. Hallo. Ist das Sam? Oh, Elvidia ist irgendwie ziemlich down. Zwei Leben. Ja, ich steh grad inmitten von Zeug. Ja, ich seh grad die Telefonzelle so von oben. Habt ihr auch Zwischensequenz? Ja, ich weiß nicht. Ich seh nur so die Telefonzelle von oben und da ist grad übelst viel los. Ich bin tot. Jetzt gehts weiter. Hattet ihr nicht die... Hattet ihr nicht die Untertitel? Nein. Ne, ich hatte nur die Telefonzelle von oben. Achso. Und hab mich so rumgedreht. Und das war's dann. Was hat dir denn gesagt? Und hab dann mal gesehen, dass da übelst viel Zeug war. Äh, es hat Sam von Sam Second Encounter angerufen. Echt? Ja. Ja. Da unten ist schon wieder ein Geschütz. Und hier ist ein Cloud. Einer? Zehn. Hundert. Und dann Flieger. Die haben mich in der Telefonzelle, oah. Oh, Raket-Munition. Oh, die spawnen in der Telefonzelle, oder wie? Ne, ne, ich bin reingegangen und dann waren sie vor der Tür gestanden. Da kam ich nicht mehr raus. Die Telefonzelle ist ein geheimnis Portal. Schön wär's. Ah, Tank. Flugzeug. Hier ist ein Coli-Deckel rumgeflogen. Was? Ja, hier. Wo bist denn du? Ich bin hier unten. Wo seid ihr? Wie unten? Ja, die Treppe runter. Wie kommt denn die Treppe runter? Wie kommt denn die Treppe runter? Welche Treppe? Durch die Tür. Hier hinten. Wo seid ihr denn? Hier. Ah, das geht nach oben. Ich dachte, da kann man noch nicht weiter. Dachte ich auch. Doch, irgendwie ist es aufgegangen. Ja, gefährd. Ammo-Pack ist richtig cool. Da links in der Ecke steht noch eins. Wow. Ach da. Jetzt haben wir fast alle Waffen. Irgendwie. So, ich fahr sie um. Man kann auch diese komischen Lampen-Hip-Pack machen. Wow. Wow. Spinnen. Ich glaub unter mir ist auch noch einer, wenn ich das richtig höre. Hier geht's richtig los. Oh, Clowns. Hier dient jemand das zweite Gefährt. Ich fahr das zweite Gefährt. Ja, irgendwer fährt das. Von euch. Wieso? Ich will hier keine Schüsse rumfliegen vom zweiten Gefährt. Ich schieß dauer. Ja, die sieht man nicht. Die sind dann nur da einfach. Oh, die Clowns ziehen ganz schön viel ab. So, das ist Spaß mit der Sniper. Jetzt kommt der Plasma-Garden. Da ist gerade ein Tank auf einem anderen gespawnt. Mich verfolgt ein Rhinozeros. Dann schieß es ab. Oh, mich hat's gerade weggekickt. Ah, kleine Spinnen. Kleine Spinnen. Jawohl, die haben Gott sei Dank nicht so viel Leben. Nee, die kannst alle überfahren. Oh, mein Gefährt ist tot. Tod voll. Es ist gestorben. Es wurde gestorben. Überschlagen, überschlagen. Da ist eine riesige Spinne. Scheiße, ist kaputt. Mein Gefährt hat sich überschlagen und dann wurde es von Spinnen überrannt. Und, äh, ja. Aber ich glaube, die spawnen nicht neu. Also ich sehe jetzt nichts. Noch nicht, also das kommt auch. Aber wir haben schon wieder sieben Leben. Ich habe neun. Ich habe acht. Da ist ein Gefährt bei euch. Oh. Ach da. Ja, ich sehe es. Oh, eins. Nein! So, die Garten. Jetzt bin ich tot. Ach hier. Doch, hier hätten spawnen neue Gegner. Ah, sie aber alle über. Diese Böden spinnen, ey. Da ist so eine ganze... Die ganze Armee von Clowns. Ja, spinne tot. Oh, 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 oh. Toll, wenn man nen... Wenn man nen Rocket Launcher schießt und sich dann zur Seite dreht, manchmal sieht man dann so die Rakete so neben sich stehen. Ja, stimmt. Gibt's eigentlich ne Anzeige, wieviel Typen man gekillt hat? T-Meg. Mal gucken. Kills, ja, okay, Kills gibt es. Ne Übersicht. Hey, wir haben alle Waffen gehalten. Ja. Da laufen Gegner rum und machen irgendwie nichts. Ja, jetzt schon. Hier ist Serious Bomb. Die Minigun ist einfach am geilsten. Okay. Neben denen hier natürlich, versteht sich. Jetzt geht's los hier. Oh, coole Statuen. Goldene Statuen. Die Wand schließt sich hinter uns. Das war doch klar. Ich mag die Musik. Rhinos. Oh, oh nein. Oh, oh. Können wir bitte unser Gefährt zurückhaben? Das wär's auch schön. Wäre geil, wenn es auch so ein schnelles Slot wäre. Ja, Schlot. Schlot. Wäre doch cool, weißt du, wenn du es dann so auspackst und dann fällt es sich so oder so. Ach, Karl ist noch vom Rücken, das ist wieder da. Das hat man in seinem Rucksack auf dem Rücken, genauso wie die 20 anderen Waffen. Ja. Und die tausend Schuss... So eine kleine Minigun und so eine Raketen-Launcher. Ja, und die tausend Schuss Munition und 50 Raketen und 30 Handgranaten. Hast du mal eben so eine Tasche? Ja. Ja? Und das mit nur einem T-Shirt, ja, also... Ja. Oh, Serious Damage. Ja. Dann nehm ich die Minigun. Vielleicht hast du ja Hosentaschen wie bei Harry Potter. Ja. Wie haben wir die? Genau. Diesen Haus groß. So, muss alles töten. Nein, die haben die Stapeln kaputt gemacht. Was? Der Kunst von Hausen. Ihr Schweine! Sie haben die Statuen getötet. Ihr Schweine! Wir haben Kenny getötet. Ihr Statuen! Äh, folgt die Ohren. Nein, ich bin gestorben. Jetzt müsste da irgendwo Serious Damage rumliegen. Wo denn? Ja, irgendwo da vorne. Serious Gold ist hier. Ja, hab ich drauf angeguckt. Oh nein. Er ist in mir. Ich bin in ihm. Oh mein Gott. Also in dem Tank. Ja, ja. Ist klar. Oh, ich hab die Cannon. Wir haben die übrigens die Cannon noch. Echt? Nö. Wir haben alle Waffen. So ziemlich. Ich hab keine Cannon. Wo ist denn die? Ach so, wieso machen wir einfach mal das ganze bisschen einfach? Ach so, die Cannon hab ich auch nicht. Und cheat ein wenig. Stimmt, ich hab auch noch eine. Okay. Ach, du bist da vorne schon. Ja. Ja, ich siehs auch grad. Ich hab schon gesagt, ich lauf einfach durch. Ja, ich bin mit meinem. Double Sound. Mit meinem Serious Damage nach hier vorne hingelaufen. Und dann bin ich aber gestorben. Ach so. Aber ich stürme auch gerade. Hier liegt die Cannon ja rum. Also daher. Ach so. Halt die aus. Kein Wunder, dass du die hast. Ablauung. Kabo. So, Cannon. Oh, Serious Damage. Aber es ist. Energie. Diese. Ach so, ich hab grad Kram eingesammelt. Ich wollte gerade sagen, wieso habe ich so viel Energie. Serious Damage. Ey, wo hast du das gefunden? Es lag hier auf dem Weg. Es ist da vor mir gespawnt einfach. Voll unfair. Tja. Bin ich auch. Das kriegt immer eher. Was macht du aus und ist fair? Schau ich mal mit den Kreissäge hier rummarschen. Macht ihr auch Damage? Ja. Ja. Das ist in Ordnung eigentlich. Damit kannst du Häuser von Einheimischen zersägen. Ja, stimmt. Sehr gut sogar. Oh, der zertrampelt mich aber dabei. Das finde ich jetzt nicht so lustig. Warst du da echt mit der Kettensäge gerade? Ja, doch. Ja, ich hab auch gefragt, ob das der mitgemacht wird. Und du wolltest es mal ausprobieren. Ja, kann man ja mal machen, ne? Genau. Oh, warum nicht? Das ist ja Serious Sam hier, so. Kann ja sein, dass es jetzt so im Ball ist. Also, ein Schlag tot. Ich frag mich immer noch, warum die Dinos alle eine Zigarre im Mund haben. Und wenn sie brüllen, fällt die nicht raus. Ist das so eine Rakete oder so? Nein. Nein, sind sie. Ja, stimmt. Wenn die brüllen, fällt die nicht raus. Nee. Die steckt eben zwischen den Zähnen. Ja. Die ist so reingesteckt. Aber wenn sie sterben, dann fällt sie raus. Ich bin tot. Ich bin nahe zu tot. Ich nicht. Nahtod, eine Frage. Ich hab noch voll viel Energie. Ich hab noch einen Clodowick. Glaube ich auch. Sogar noch mehrere. Was machen die? Das sind quasi Zielsuchraketen. Ah ja. Du hast da jetzt einen Clodowick verschwendet. Wir haben 228 Kills. Oder gilt das nur für mich? Keine Ahnung, wo siehst du das? Wenn du Tab drückst und dann einmal Enter. 229, 230. Nee, das ist das Team. Team Score. Ich hab 231. Und wie komm ich hier wieder raus? Tab. Ich hab Exit gedrückt. Und dann kam da noch ein Mini. Ja genau, dann kam das Mini. Das Exit-Menü. Start-Menü. Ja. Kann ich euch mal ganz, ganz kurz allein lassen? Ich muss mir mal was zu trinken genehmigen. Nee, das geht jetzt nicht, also. Aber ich hab so Durst. Ja, dann musst du jetzt die sieben Stunden noch durchhalten. Oh, ich warte einfach vor dem Portal und komm danach, oder? Ja, stell dich einfach irgendwo hin, das passt schon. Was für ein Portal? Na, das, wenn es... Bleib einfach stehen, das passt schon. Handgranaten sind frei. Oh. Ja, ich komm nicht mal wieder. Und wenn du dann stirbst, ist es halt so. Ja, nein. Ich würd mich mal interessieren, wie viele Kills wir dann insgesamt am Ende zusammen haben. Ja, ist das nur pro Level oder insgesamt? Ich weiß, dass das pro Level ist. Pro Level. Achso. Oder vielleicht gibt's auch noch eine Statistik für Gesamt, weiß ich nicht genau. Aber ich glaub, da kommt schon eine ganze Menge zusammen. Ja, ziemlich. Ja, Albino. Ich will wieder diese Kugeln haben, die waren richtig cool. Die Kanone? Diese Kugeln. Achso, die Rollkugeln. Diese Stachelkugeln. Die haben Laune gemacht. Die waren eigentlich noch witziger als die normalen Gefährte. Ja. Weil man einfach alles umräumen kann. Ja, weil du hast diese Albinos da so total schnell platt gemacht. Ja, dann musst du sie nur berühren und dann waren sie tot. Oh, diese Klairskelette. Und meine Minigun ist tot. Oder leer. Ich hab noch 100 Schuss. Satan, Helikopter. Ja. Ich geh. Ich hab ihn gleich. Der Baller. Achso, Elvidea ist schon wieder da. Mist. Ich hab gehofft, ihr merkt mich nicht. Ich hab deine Minigun gehört. Mann. Okay, jetzt ist meine auch leer. Warum habt ihr eigentlich beide die Afro-Typen genommen? Weil das, äh, wie hießen die noch? Äh, Dancing, Danzel und Groovy Gregory. Genau. Einfach Partner nur gleich. Weil die cool sind. Ja. Oh, oh, mir gehen die Waffen aus. Also Minig. Okay, doch. Nein, mir auch. Minigun ist leer. Ja, Minigun ist bei mir auch leer. Ja, Minigun ist bei mir schon leer. Ja, Plasma-Kennen. Die Plasma-Kennen ist auch leer. Da vorne ist Ammo-Pack. Ah ja, gut. Ich fahrt vor jetzt. Ich bin jetzt da noch mit der Sniper unterwegs. Aber wegen der Skelette ist ja fast eine Verschwendung. Äh, wo bin ich denn? Jetzt gespawnt. Ich hör nicht mal eure Schüsse. Böö. Hier ist ja auch nur einer Rad. Ich hör immer noch nichts. Aber ich glaub, ihr seid da hinten irgendwo. Ich bin hier weit rüber gelaufen. Ah, da bist du. Kann man hier rüber? Oh, Tatsache. Auch nicht schlecht. Gut zu wissen. Wow. Wow. So. Aber hier kann man nicht hoch. Hey, wegen. Irgendwas passiert. Hu 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 hu. Alter, ich bin das Ding gerade runtergefahren, wo ich drauf stand. Oh, ja. Aber es hat eine perfekte Grasnarbe hinterlassen. Ja. Wunderschön. Achso. Ah, ha. Ja, jetzt kommen nämlich von hinten die ganzen Gegner. Und jetzt kommen wir wieder in die andere Richtung gehen. Genau. Jetzt hab ich auch wieder 1000 Schuss. Ja, ich auch. Ich bin aber schon bei 800. Und 50 Raketen. Moment, wenn wir sowieso mal Munition kriegen, dann nehm ich jetzt mal hier. Was passiert da? Achso. Was? Das war die Cannon. Da war voll der Tornado. Ach, stimmt. Die Cannon. Dann nehm ich die jetzt erstmal. He he. Okay, wenn du die jetzt nimmst, dann nehm ich die jetzt nicht, weil das wäre ein bisschen Verschwendung, wenn wir das in 2. mit der Cannon rumlautzen. Ich frage, wenn sie leer ist, dann nehm ich. Okay. Ich kann da einfach nur Raketenwerfer drauf. Ich treffe schon irgendwas. Aber verfehlen ist eigentlich erst leer. Okay, dann bin ich jetzt dran. Meine Cannon Action-Pine. Ne, Cannon hab ich noch. Also meine, äh, mein Rocket Launcher war der. Achso. Naja. Es ist schwer, nichts zu treffen hier. Ja, einfach nur vor die, vor die Türen legen und dann wird's schon hochgehen, wenn sie rauskommen. Jetzt ist meine Cannon leer. Komm, wir haben. Ja, ich hab noch. Ich leg einfach vor jede Tür meine Cannon, die geht dann immer schön hoch. Ein paar Granaten da noch runter. Genau. Wird schon stimmen. Einfach da reinschießen, an die Teile. Ja, rein geht nicht, aber davor geht. Doch, rein geht auch. Wenn's offen ist, geht auch rein. Echt? Können wir nicht. Ah ja, stimmt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob's dann hochgeht. Das ist die andere Frage. Aber ich schmeiß auch einen Granatwerfer runter. Ja, den haben wir ja auch noch. Ja, ja. Hier kann man Granatwerfer auch gut benutzen. Ja, meine Cannon ist jetzt auch leer. Ich bin tot. Was? Warum? Du wirst nicht genug nach links und rechts gelaufen. Ja. Ja, eigentlich schon. Aber über uns fliegen zwar auch so Viecher weg. Oh nein. Ich hasse die Flugzeuge. Ich krieg hier eben gar keinen Schaden. Ich lauf immer nur links, rechts, links, rechts. Okay, jetzt wurde ich angetroffen.